Im Fall der getöteten Susanna aus Mainz hat der Tatverdächtige Ali B. den Behörden zufolge die Tötung der 14-Jährigen gestanden. Als Motiv für die Tat gab er nach Angaben der Staatsanwaltschaft Wiesbaden an, dass er aufgrund von Verletzungen im Gesicht von Susanna, die infolge eines Sturzes entstanden sein sollen, befürchtet habe, dass diese die Polizei informieren werde. B. habe am Sonntag vor der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Wiesbaden die zuvor gemachten Angaben in der polizeilichen Vernehmung bestätigt. Der 20-jährige Iraker habe aber die Vergewaltigung des Mädchens bestritten. Die Richterin habe die Untersuchungshaft angeordnet. Ali B. sei nach Frankfurt in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden, hieß es. Susanna war zwei Wochen lang vermisst worden, bevor ihre Leiche am Mittwoch in einem Erdloch in Wiesbaden entdeckt wurde. Ali B. wird verdächtigt, sie vergewaltigt und getötet zu haben. Er lebte in einem Wiesbadener Flüchtlingsheim. Sein Asylantrag war im Dezember 2016 abgelehnt worden, wogegen er klagte. Gegen ihn laufen mehrere Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts auf Raub. Bevor er zur Fahndung ausgeschrieben wurde, war er mit seiner Familie aus Deutschland ausgereist. Im Nordirak war er am Freitag auf Bitten Deutschlands festgenommen und am Samstag nach Deutschland gebracht worden. Der Fall hatte eine neue Debatte über die Beschleunigung von Asylverfahren ausgelöst. Untertitelung des ZDF-R Brookuru Und die Oberänden der Welt ist eine �marks جedetせ它.